Im Administrationsbereich von KD Online Spendern haben Sie die Möglichkeit, die Farben Ihrer Projektseite zu individualisieren. Somit können Sie Elemente wie Überschrift, Verlinkungen oder Button farblich ändern. Dieser Erklärfilm soll Sie hierbei unterstützen. Bitte wählen Sie den Menüpunkt Widget Generator und öffnen Sie über das Bleistiftsymbol den Punkt Grundeinstellungen editieren. Auf der folgenden Seite können Sie für alle Elemente Ihrer Projektseite die gewünschten Farbeinstellungen vornehmen. Hierzu können Sie am jeweiligen Element die Farbe entweder über das Farbauswahlsymbol auswählen und mit Select bestätigen oder per Direkteingabe den passenden Hexwert eingeben. Weiterhin können Sie die Schriftgröße der Überschrift und des Fließtextes ändern. Nachdem Sie alle Elemente nach Ihren Wünschen angepasst haben, speichern Sie Ihre Eingabe. Sie haben nun Ihre individuellen Grundfarben hinterlegt. Damit Sie diese Farbeinstellungen den gewünschten Projektseiten zuweisen können, benötigen Sie sogenannte Sets. Zur Anlage dieses Sets wählen können Sie den Punkt Sets editieren. Klicken Sie danach bitte auf Neu und geben Sie dem Set eine konkrete Bezeichnung. Bei Bedarf können Sie nun Ihre zuvor festgelegten Grundeinstellungen innerhalb dieses Sets überschreiben. Diese Funktion ist von Vorteil, wenn Sie je Projekt abweichende Farben verwenden möchten. Speichern Sie am Ende der Seite das angelegte Set. Zum Schluss können Sie das soeben erstellte Set noch mit Ihrem Projekt verknüpfen. Rufen Sie hierzu das gewünschte Projekt auf. Aktivieren Sie die Option Widget Generator Set aktivieren. Wählen Sie das von Ihnen zuvor angelegte Set aus und speichern Sie Ihre Änderung. Ihre Projektseite wird nun in Ihren gewünschten Farben angezeigt. Haben Sie Fragen zum Spendenportal? Sprechen Sie uns einfach an.